Fit geht im Alter natürlich auch, aber es ist natürlich, dass es ein bisschen tut oder klemmt. Einfach, dass man da elastischer bleibt. Das sind ganz einfache Übungen, die wir immer im Alltag nehmen können. Es sind nur kurze Anregungen, die sich den Leuten mit nach Hause geben. Ein bisschen Spaß, ein bisschen Käppeln und dann haut das hin.